Dre, bist du fertig? Verpasst dein Flug nicht! Kommt mir vor wie eine Abenteuerreise in ein neues Leben. Willkommen in Peking. Ein Leben, das er niemals wollte. Sieh mal, Dre, Beverly Hills. Da wollten wir doch schon immer leben. Ja, aber ich glaube, wir haben von dem anderen gesprochen, Mom. Eine Herausforderung, wie er sie sich nie vorstellte. Ich will wieder nach Hause. Das ist dein Zuhause. Um sie aufzuhalten, musst du dich ihnen stellen. Ich werde dich unterrichten. Cool. Ein Lehrer, wie er ihn nie erwartete. Häng deine Jacke auf. Nimm sie wieder ab. Zieh sie an. Zieh sie aus. Hab ich doch gerade ge... Zieh sie aus. Freik! Hertha! Hieb deine Jacke auf! Konzentrier dich! 2010 Karate Kid! Karate Kid! Ist wie in Star Wars. Sie sind Yoda und ich bin ein Jedi. Ähm, das ist eklig.